Ein schönen guten Tag, hier ist mal wieder Nessi gezuckt auf Transportfieber. Ja, wir fahren ein bisschen mit. Ich bin zu langsam, da kommt mein nächster. Hallo! Nein, wir wollen mit dem nach Hamburg eine neue Linie machen. Hier, mit diesen hier, Berlin-Hamburg, die fahren nachher nach... Hallo! So! Okay, ich soll jetzt Pusse reingemacht... ...muss mal Oma verändern. Gut, dann fangen wir mal langsam an. Äh, Moment... So! Heute eine neue Aufnahme. Da kommt schon der nächste. Was ist denn? So! Okay, und immer weiterziehen. Okay, dann... ...gehen wir nach Cottbus. Äh, Cuxhaven, meine ich. Cuxhaven, meine ich. Genau. Na, guck's nach mir. Ach, das ist schön, wenn ich jetzt so spiele. Oh, ich habe nicht viel Verkehr hier unten. So. Weiter geht's. Ich kann leider nicht in großen Schritte machen. Manchmal ja, manchmal nein. Das ist immer unterschiedlich hier. Genau. So. So. So, wenn ich nicht hier fertig bin, wird da drüben Bahn umgetauscht. Oh ja. Aber das macht nachher nach der Aufnahme. Weil ich das schon mal gemacht habe. Da ist mir das Spiel abgestürzt. Für jetzt. Gleich. Moment. Na, jetzt geht's weiter. Genau. Hier ist der Intercity Express. Der kommt nachher auf die Nebenlinie. Aber nachher später. Nicht jetzt. Vor der Aufnahme hat ich auch mal gemacht. Da hat mir das Spiel abgestürzt. Und das war nicht so schön. Und das war nicht so schön. Hoppala. So. Ich muss mal gucken, wie ich da rein konnte. Danke. Gut. Wir fahren hier noch ein bisschen rum hier. So. Und jetzt müssen wir langsam rüber. Wir wollen hier im Bahnhof rein. Guck's Haar vom Händler. Da kommt auch noch ein Haar für hin. Genau. So. Gut. Okay. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte was Jens mit anderen machen. Ich wollte was Jens mit anderen machen. Ja. Mal gucken, wie die Schiffe hier durchkommen tun. Die kommen sehr gut durch. Ja. So kann's bleiben. Gut. Dann kann das hier wieder weg. Brauchen wir erstmal nicht. So. Geht's weiter. Hoppala. Hey. Hallo. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich den Bahnhof hin machen tue. Ich denke mal kann ich alles noch mal abreißen. Wenn ich mich kenne tue. Aber ich hoffe es ja nicht. Hier soll der Bahnhof hin kommen. Ein. Wie nennt man das? Kopfbahnhof. Oh ja. Gut. Bahnhöfe. Oder ganz normaler Bahnhof. Ach, ich denke normaler Bahnhof wird auch reichen. Genau. So. Sieben Gleise. So. Okay. Dann drehen wir uns nicht mal um. So. Und das hat mir gedacht. Hm. Ne. Da kann ich nichts machen. Dann bleibt es eben so. 300 Meter. So. Gut. Das heißt. Das muss ich nochmal abgerissen. Abgerissen werden. Leider. Wann? Ich muss den noch nicht stärker. Hose machen. So. Machen wir das hier mal weg hier. Ja. Ich finde es doch schön hier. Den Wischmopp. Pfff. Ja. So kann ich erstmal bleiben. So. Okay. So. 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 Dann drehen wir uns mal wieder mal um, was das richtig ist. So. Nochmal bisschen weit wegreisen, bis zur Kurve. Gut. Es ist so einfahrtisch. Moment. Warte mal, ich kann noch ein bisschen rauszählen. Okay. Ich steige ihn zum Kross. Ja, ich weiß doch Bescheid. Ich weiß nicht, wenn der Kinn... Ja, ich weiß nicht. 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 Es sieht einfach nur... Gefällt mir nicht! Sieht einfach nur scheiße aus. Was kommt denn jetzt? Ach man, Leute. Schöne Straßenbahn, die brauche ich bald. Ach, schöne Lichtrasenbahn, ach, das ist schön. So, jetzt reiße ich noch ein bisschen ab hier. So. Okay. Nein. Ja, fährt eben so langsam, ist doch egal. Was ist sie besser aus? Genau. So. Warte mal, ich will... Was ist mit Geländer? Yes. Kann ich noch ein bisschen tiefer gehen? Jawoll. Gut. Was ist gekauft? Sieht viel besser aus. Aber das mache ich nochmal weg hier. Das sieht scheiße aus. Jawoll. So sieht es viel besser aus. So. 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 Okay. Wir machen mal ein bisschen weg. Nein. So. So. Okay. Machen wir mal ein bisschen weg. Nein. So. So. Machen wir mal ganz schnell weg hier. Ach, das ist schön. Weil hier nichts gewesen ist. So. Bevor ich hier was machen tue, machen wir jetzt mal eine Straße hier hin. Es geht. EEE. Du allst, das wäre. Du nach unten ist nicht Points. Nein. Ja, das wird schon besser aus. Aqui Intel sulit. Alles gut. ZO, ZO. Ich würde jetzt versuchen wir hier nicht mehr rauszukommen. Okay. So, wunderbar. So, dann machen wir hier mal. Erstmal ein Depot hin, jetzt schnell. Aber das alte Stiel, das finde ich immer noch am schönsten. So, dann machen wir hier noch ein paar Straßen hin. So, dann kommen wir hier. Moment. So, was wir jetzt mal ran tun, ist ganz einfach. So, dann kann die Stadt hier schön was machen, und wir machen schon mal eine alte Linie, aber warte mal, habe ich mir gleich gedacht, und jetzt geht das ja nicht, ahhh, no, 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 so. Aber ich frag mir, was jetzt soll ich hier immer. So. 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 I can change the. So. 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 Was? Was? Ist nur Weiche. Gut, okay. Muss ich hier irgendwann die Brücke nicht mal abreißen. Oder auch nicht? Mal sehen. Ich weiß es nicht. Gut, dann machen wir jetzt hier überall. Kreuzung und Sinknale. Warum nicht? Steigerung zu groß, okay. Machen wir mal wieder uncool. So, machen wir jetzt Sinknale. Gut. Einmal hier und einmal bitte drehen. So. Und weiter geht's. Okay. Gut. 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 Okay. Gut. Gut. Was kommt denn jetzt? Mann, immer beim Bauen. Schön. Die ersten Doppelstöcke kommen jetzt. so So Äh, hallo? Mal gucken Okay, jetzt brauche ich die Linie So, nur sichtbar Nein, das war diese hier Okay Okay Gut So Aber wie gesagt, wir wollen ja die verlängern hier Und jetzt wieder zurück So Okay, jetzt holen wir mal einen Zug, wo wir mitfahren können Ah, der fährt doch schon, siehst du? Hallo zu Okay, Leute Denn Sagen wir mit diesem Zug Tschüss Tschüss Opa, da Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020